Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute testen wir das große Sortiment von Leslie, das heilige Zild. Wir machen das einfach erstmal rauf, gucken was überhaupt drin ist. So, dann haben wir zuerst die Frostbanks. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Dann haben wir hier die Granates. Die Strike Clips. Hier haben wir so Wirbel. Dicke Brummer, so in der Art. Dann haben wir hier die Destruktion Discs. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Hier haben wir noch ein paar Leslie Heuler. Beziehungsweise hier heißen die Götzild. Hier haben wir nochmal das Frostbanks Kind oder wie das heißt. Hier haben wir die Rambus oder auch Big Bombs genannt. Und dann haben wir hier noch ein paar Containen. Hier erstmal die Frostbanks. Das sind... Das sind... Oh ja. Sind die Gloriten. Sehr geil. Dann haben wir hier die Granates. Das sind... Oh nochmal Sitzknatterbälle. Richtig geil. Sind die kleinen Sitzknatterbälle. Ja. Und dann haben wir hier nochmal die großen. Sehr geil. Und dann haben wir hier noch... Die Discs... Discs Quatschen. So heißen sie. Ähm... Ja. Das sind solche Wirbel. Sehr geil. Ich bin echt gespannt. Und dann haben wir halt noch... Hier noch ein paar Fontänen. Jo. Ich bin auch mal gespannt wie die sind. Die haben eine NEM von... Dum dum dum. Steht da nicht drauf. Dann haben wir hier noch die Spike Stripes. Sind so... Oh. Halleluja. So ähm... Knatter... Knatter... So ne Knatterpeitsche. So ne Art. Ja. Geil. Das Dillidsortiment. Erstmal die Forstbank. Die Meteoriten. Das machen wir einfach mal beide. Nicht wundern ich hab hier so ein normales Feuerzeug. Aber... Ja. Die Gewinne von... Genau. Aus dem Heiligstuhl. Nehmen wir das dann. Na komm. Jetzt die Fontänen. Äh... Die Discrexion Flayer. Das machen wir jetzt weiter. jetzt noch die luchtzeuger von lassen erstmal so jetzt die klasse 1 wirbel aus dem heilig bild so 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 so